Ja, Konnichiwa und willkommen zurück bei Ghost of Tsushima hier bei Abschluss Zock Let's Play. Letzte Folge haben wir den Prolog beendet und wissen jetzt eigentlich worum es geht und haben die Open World freigeschaltet. Und wir sind jetzt hier mit unserem Pferd Kage unterwegs, die japanische Insel wieder zu befreien. Alter Handelsposten, besiege die Mongolen, Bonus töte einen Gegner in einem Herausforderungskampf. So, ich nehme einfach mal an, Steuerung ist wie bei Red Deadman Pferd, wir können es also rufen durch Pfeifen. Jetzt können wir ja quasi herausfordern. Oh, der sieht böse aus. Ja, Mann. Töte oder beobachte, weiter anführe, um Wasserkampfhaltung freizuschalten. Ja, das machen wir doch glatt. So, wer bist du? Oh, der sieht groß und böse aus. So, oh, ein Bogenschütze. Komm, lad nach. Nice. Bonus-Zieh abgeschlossen, Legende erhöht. Hier hat aber irgendjemand geschrien. Wer hat hier geschrien? Wer hat hier geschrien? Alter Handelspost. Mensch, ihr müsst doch so viel zu holen geben für uns. Komm schon, wir brauchen Vorräte. Wir haben unsere kompletten Vorräte in einem Kampf rausgehauen, der eigentlich gar keinen Erfolg bringen konnte. Wird gespeichert. Was haben wir hier? Da ist der Wind. Sehr gut, der Wind ist ja unser Vater. Der Geist unseres Vaters. So, wir umlaufen mal den Handelsposten. Irgendwas muss es doch hier zu holen geben. Ein paar kleine Vorräte. Kommt schon, gib mir wenigstens ein wenig. Alte Schmiede. Hier auch nix. Ah, Mist. Okay, in diesem Haus. War nix zu holen. Vorräte. Ah, leicht plündern. Nicht schlecht. Zumindest den Anführer konnten wir plündern. Bogenschützen leider nicht. So, trotz allem schauen wir uns ein wenig um. Eventuell. Eventuell auch nicht. In dem Haus waren wir gewesen. Im großen und im kleinen Wort habe ich auch nichts. Wir gucken noch mal rein. So, weil wir sind ja von hier reingekommen. Hier von dieser Seite sind wir reingekommen. Und sind dann geradeaus durch in das andere Haus gegangen. Dann schauen wir mal. Vielleicht. Hat hier jemand geschrien. Keine Überlebenden. Keine Vorräte. Vor Matratzen auf dem Boden. Schade. Gut, ich habe mir ein bisschen mehr Loot erhofft. Für die Befreiung dieses Handelspostens. Vielleicht hier in diesem Zelt. Hier ist auch noch was. Ach, hier kann ich drunter quetschen. Okay. Schön. Klasse. Wow. So. Kage. Kage, was ist das da oben? Ein kleines Pferdchen. Altes Holzfäderlager. Oh, schaut mal. Schaut mal. Der Baum leuchtet auch. Das ist aber auch neu. Oh. Oh, oh. Die Wildschweine sind nicht friedlich. Habe echt gehofft, dass die Wildschweine friedlich sind hier. Aber scheinbar ist sie ein bisschen sauer. So. Bisschen Bambus mitgenommen. Ähm, wir haben noch keinen Bogen. Ach, das ist eine Belagerungswaffe. Ein altes Katapult. Damit hätten wir auf den Handelsposten ballern können. Was? Oder vielleicht wurde damit auch auf den Handelsposten geschossen. Keine Ahnung. Ähm, wir folgen jetzt mal dem Wind. So. Weiß nicht, was ist, wenn wir so ein Schweinchen hier töten. Was ist denn da unten los? Na, da stehen doch welche. Diese Pflanze sieht aus, als könnte man die sammeln. So. Boah. Alter Schwede. Okay, voll reingereist. Okay, wer bist du? So. Tja, und der hat Vorräte bei sich. Sehr gut. Ach, schade, ein Hirsch. Und nochmal, siebenmal Vorräte gesammelt. Sehr gut. Cool, was haben wir hier denn gerettet? Stahl gerettet. Ach, so cool. Da können wir nämlich diesen Schmied befreien. Hier nochmal Bambus. Da hinten ist auch noch irgendwas los. Ähm, dann schauen wir am besten mal auf die Karte. Wo bewegen wir uns denn hier hin? Den haben wir befreit. Sehr cool. Gesammelte Gegenstände und Ressourcen. Also, alter Handelsposten. Wir haben eine Schnellreise freigeschaltet zu diesem Handelsposten. Und haben hier direkt in der Nähe einen unentdeckten Ort. Kage. So. Okay. Dann, zeig uns mal, wo es lang geht. Zu dieser kleinen Insel. Mitten im See. Ich bin ja nicht umsonst an diesem See angekommen. So, den Handelsposten. Hier ist also ein Schnellreisepunkt. Für unsere zukünftigen Reisen und Abenteuer. Alter Handelsposten. Und hier ist diese Insel. Und da, hier ist doch irgendwas los. Da ist doch irgendwas los. Bogenschützen. Die verstecken sich. Ja, was ist denn mit euch? So, na komm mal ran, mein Freund. So, und auf geht's. Einmal Kehle zersplattern. So. Du hast einen Bogen. Ja? Hast du einen Bogen? Hast du einen Speer? Okay, da hat ein bisschen mehr ausgehalten. Den Bogenschütze ein bisschen decken bleiben. Schade, mein Freund. Komm ran. So. Wow. Nicht schlecht. Also, wo führt uns der Wind denn hin? Ei, wie cool. Ein gelber Vogel. Hier ist doch irgendwas. Wir haben ein Boot. Können wir mit dem Boot fahren. Können wir zu der Insel fahren. Können wir das ins Wasser schieben, irgendwie? Nein. Der unentdeckte Ort ist doch aber die Insel, oder? Ja, tatsächlich. Wir können nicht mit diesem Fischerboot da hinfahren. Kann ich schwimmen? Ich kann schwimmen, ja. Sehr gut. Und doch tauchen. Ja gut, tauchen wird nicht viel bringen. Also, wir sehen ja hier den Grund. Quasi keinen Grund zu tauchen. Ha, 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 ha. Nein, sehr schön. Also, wie gesagt, Fazit jetzt so nach der ersten Stunde. Hm. Ein geiles Spiel. Ich hab jetzt echt überlegt, was kann ich sagen? Fazit nach der ersten Stunde. Also, ähm, grafisch. Bombe. Ja. So eine Mischung mit den Handelsposten auch aus. Auch wenn Sucker Punch nicht Ubisoft ist, ich weiß. Aber eine Mischung aus Far Cry und Assassin's Creed. So, bis jetzt. Kampfsystem. Sehr einfach zu beherrschen. Sehr einfach zu erlernen. Wir haben ja was Cooles gefunden, denke ich mal. Ariake Haiku. Über Zugflurz in Nieren. Das Spiegelbild der Welt. Dunkelheit weicht allem Licht. Standhaft bleiben Spiegelbild der Welt. Dunkelheit weicht hellem Licht. Standhaft stehen wir. Stirnband der Zuflucht. Spiegelbild der Welt. Dunkelheit weicht hellem Licht. Standhaft stehen wir. Tja, was haben wir denn hier bekommen? Okay, suche den Rüstungsschmied auf, um neue Verbesserungen zu kaufen. Angelegt, sehr cool. Sehr geil eigentlich, ne? Sammlungen. Ja, Erkundungen haben wir hier. Tasche haben wir da. Gesammelte Ressourcen haben wir hier in die Tasche gelagert, ja. Gut, sind wir ziemlich voll. Ausrüstung. Schwertkit, der Sturm des Sakai-Glans, ausgerüstet. Die Insignien des Sakai-Glans, rechterhand des Hito, des Shito. Aussehenobjekte, Haikus. Okay, was haben wir noch? Accessoires. Ah, Flötenmelodie haben wir auch. Cool. Und hier beim Satel haben wir auch noch was. Sturmwind. Haben wir ausgerüstet. Kriegerkodex in der Geschichte von Sensei Ishikawa. Das hören wir uns dann an, wenn wir so weit sind, wenn wir dort sind. Gut, Insel hätten wir jetzt erkundet. Dann können wir uns eigentlich hier nochmal eine Blume mitnehmen. Blumen pflücken muss sein, weil wir wissen nicht, wofür wir das Ganze brauchen. Zumindest so lange nicht, bis wir diesen Schmied befreit haben. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wo geht's denn jetzt hin? Also wir könnten jetzt den Schmied befreien. Oder zum goldenen Tempel. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in den Kaschine-Wald. Und Wegmarkierung. So. Und auf geht's. Reiten wir in den Wald, um zu schauen, was können wir hier noch holen. Oh. Hi, Freunde. Gerade rechtzeitig noch herausgefordert, ehe wir da wieder reinsprinten. So. Sack. Das war's für dich. Alter, nehmt Gras kämpfen hier. Oh, der ist ein bisschen härter. Okay. Rechtzeitig ausgewichen. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Oh. Verdammt, ich wollte ausweichen. Das gibt's nicht. Ich kann nicht ausweichen. Jetzt reicht's mir mit dem. Nee, komm. Kleine Flitzkinder. So. Viel Spaß in der Hölle. Okay. Also ich merke schon, die heutige Folge tue ich mal so ein bisschen erkunden. Und hier ist eine Menge los. Hier ist echt eine Menge los. Ich denke, wir müssen erst mal das komplette Gebiet hier befreien von Mongolen. Die haben sich ja überall niedergelassen. So, hier ist das Akai-Wald. Oh, ich hab den Pfiff gehört. Und der Pfiff bedeutet Mongolen-Bogen schützen. Ja, ich will's noch keinen. Ich will noch keinen Hirsch töten jetzt. Oh. Wildes Tier. Bin ich noch gar nicht drauf vorbereitet. Ähm, Bogen wäre halt, wie gesagt, geil. Und dann lassen wir uns, wenn wir diesen Schmied befreit haben, lassen wir uns jede Menge Waffen schmieden. Was ist das? Okay, die laufen uns hinterher. Die laufen uns hinterher. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ein Bär. Ähm. Bär ist nicht so gut. Bär ist nicht so gut. So, hier werden wir definitiv einen herausfordern. Ja, dann komm ran. Ich weiß, du bist hier. Seh ich. Und los. Zack. So, was mit dir hier? Okay. Okay, es wird härter, es wird härter. Ganz einfacher muss nicht mehr, wir haben anfangen. Okay. Ach, gut. Okay, ein bisschen konzentrieren. So, was haben wir hier tolles? 27 Mal Vorräte. Na, das hat sich doch gelohnt. Aber wir haben doch gar nicht so richtig gewissen, was wir mit dem Vorräten machen, außer uns heilen. So, und da oben war ein Bär. Mit dem Bär wird's schwer. Mal kurz auf die Karte schauen. Hier ist der Wald. Und hier könnten wir der Story folgen. So, Pferdchen. Kage. Komm zu mir, der Bär kommt nämlich ein bisschen näher. Ach, der kämpft hier oben. Krass, der macht da oben Samurais weg. Äh, Mongolen weg. Sorry. Also, mit einem Bär legen wir uns, denke ich mal, noch nicht an. Ich weiß nicht. Vielleicht wird man's auch schaffen, weiß nicht. Aber ich will das auch nicht wirklich ausprobieren jetzt. Froh, dass wir so halbwegs heil hier rausgekommen sind. So, da geht's lang. Den Bambus noch mit. Schickt eurem besten Krieger! Ja, den hab ich nur so gesehen, durchs Gras. So. Kleiner Freund. Der Nächste, bitte. Der Nächste, bitte. Renn mich weg. Meine kleinen Freunde. Ich brauch eure Vorräte. Weil ich noch nicht weiß, wie oft müssen wir uns jetzt heilen. Was denn hier oben passiert? Ah, cool. Wem soll man helfen? Hier, die junge Frau befreien. Na, aber sowas von. Stellhalten. Ihr, ihr habt Komoda überlebt? Mein Herr, die Mongolen haben das Ogawa Dojo erobert. Ich trainierte früher dort. Kämpfte einen Sommer lang mit den jungen Samurai vom Nagaoklan. Was, wenn die Mongolen unsere Kampftechniken erlernen? Dazu brauchen sie mehr als ein paar Wochen. Ich werde sie vorher aufhalten. So, neun Ort freigeschaltet. Also, ein Dojo müssen wir befreien. Karte aktualisiert. Schauen wir doch mal rein. Wo ist das Dojo? Da ist das Dojo. Befrei das Ogawa Dojo. Sehr gut. Machen wir, denke ich mal, nach der Hauptgeschichte. Wort aus einem Gespräch hinzugefügt. Schade, dass man hier oben nichts findet. Ich denke mal, später, wenn wir den Bogen haben, finden wir hier oben auch ab und zu mal ein paar Pfeile. Nur jetzt ist das Ganze noch nicht der Fall, denn... Ich bin frei. Ja, bist du. Gerne. Ähm, denn uns fehlt noch der Schmied. Und den Schmied... ...müssen wir erst mal ausfindig machen, beziehungsweise retten. Hier ist Karga. So, Karga, bleibst du mal noch dort? Oh, shit. Die haben wir ganz schön gebütet. So, in einem Fischerdorf, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich möchte jetzt nicht zum Bären gehen, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Bambus. Da unten, da unten sieht es doch gut aus. Lager der Überlebenden. Okay, müssen wir hier jemanden herausfordern eigentlich? Weiß noch nicht, werden wir gleich sehen. Das ist Juna. Wo? Warte mal, wer bist denn du? Ich bearbeite Metall, Holz und Stoff. Wenn ihr Fälle übrig habt, hätte ich im Gegenzug etwas für euch. Äh... Leider keine Fälle. Wir sehen uns wieder. Das ist ja geil. Okay, cool. Hier können wir verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn mit dir hier? Hast du was Tolles? Hast du was Tolles? Na, geh an da doch. Fürster Kai. Ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst gebraucht. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls ihr euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Danke. Tracht des Reisenden. Perfekt für alle, denen eine lange Reise bevorsteht. Na, ist doch richtig cool. Neue Schwertkits. Behört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Ja, nicht genug Blumen. Wir müssen also echt Blumen pflücken. Wir haben gerade mal vier Rüstungsfarben. Nicht genug. Und eine eigene Hütte können wir uns auch noch. Alter. Also, das Outfit für Nöte, ne? Noch mehr Rüstungsfarben. Ja, da fehlen uns Blumen tatsächlich. Kannst jetzt neue Orte mit dem leitenden Wind verfolgen? Mhm. Das wissen wir ja schon. Ähm, gut. Hier hat man doch noch jemanden. Mit dem können wir quatschen hier. Noch ein Samurai? Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Okay, neuer Ort. Dann schauen wir doch da mal rein. Da wäre der neue Ort. Die andere Seite der Ehre. Jemand erwähnte, einen lebenden Samurai in Kashini gesehen zu haben. Wenn es noch ein Samurai aus Komo... Werden wir sehen. So, Yuna hat auch gerufen. Yuna müssen wir natürlich helfen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder über 20 Minuten. Also, dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob. Das war's für heute.